Servus, grüßt euch. Mein Name ist Nico Hechenberger und ich erkläre euch Social Media Marketing für junge Leute. War das vielleicht nicht gescheiter, wenn wir das machen würden? Ja, weil wir verstehen ja die jungen Zielgruppen viel besser. Ist ja klar, von Azubis für Azubis. Na gut, dann arbeiten wir halt was aus. In dieser Ausgabe vom Streicher Lab haben wir mit 12 Azubis gearbeitet, an einem ganz spannenden Thema. Diesmal ist es um Marketing gegangen, im Konkreten über Social Media. Wir waren ja nicht alle vom selben Fachgebiet und wenn man auch nur zwei Hände kennt und dann erstmal das zusammenfanden, dann aber ich glaube, das haben wir richtig gut hingekriegt. Einer von meinen Filmen ist über meinen Beruf als Chemikanten. Das ist ein kurzer, informativer Einblick dazu. Ich habe ein Interview mit meinem Chef geführt, habe ein kleines lustiges Video zu unserem Alltag als Vermessler gemacht und habe ihn kurz vorgestellt. Meine Inhalte vom Video waren, die haben ein Daily Live-Format gemacht vom Industriemechaniker beim Streicher und ein kleines lustiges Video, weil wir ein wenig zum Geschnitten haben. Hashtag Ausbildung bei Streicher Hashtag Quere Neue Einblicke Hashtag Neue Erfahrungen Wir sind Streicher Hashtag Teamwork Von Azubis für Azubis Was bei der Arbeit Hashtag Content Creator Hashtag Spannend Hashtag Kreativ sein Was Neues lernen Hashtag Ausbildung bei Streicher ist super Ja, wie kann man das resümieren? Es waren viereinhalb wirklich harte Tage, nehme ich jetzt einmal an. Man muss sich vorstellen, dass die Azubis mit dem Thema Marketing und Social Media mehr oder weniger beruflich eigentlich nicht auseinandersetzen Und dann ins kalte Wasser geschmissen zu werden und super Ergebnisse zu erarbeiten, das ist schon toll. Und dementsprechend werden wir das Projekt sicherlich weitertreiben. Hashtag Wir Summer Streicher Azubis Und Dies Azubi Yep War Einfach Toll